Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns am SQL Server an, was ein Datenbankschema ist und wofür es gut ist und wie dieses verwendet wird. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch meinen Kanal zu abonnieren, damit ich euch noch viele weitere Videos bereitstellen kann. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ein Datenbankschema ist wie ein Verzeichnis auf einem Dateisystem, das eine Rubrik bestimmter Daten enthält. Es beschreibt sowohl die Organisation von Daten als auch die Beziehung zwischen den Tabellen in einer bestimmten Datenbank. Eine Definition könnte wie folgt lauten. Ein Schema ist ein eindeutiger Namensraum, um die Trennung, Verwaltung und den Besitz von Datenbankobjekten zu erleichtern. Nun zu der Frage, warum benötige ich ein Schema? Üblicherweise erstellt ein Datenbankdesigner ein Datenbankschema, um Programmierer und Entwickler dabei zu unterstützen, ihre Software mit der Datenbank in der Anwendung, in der Interaktion zu vereinfachen. Konkret können die Sicherheitsberechtigungen zum Trennen und Schützen von Datenbankobjekten basierend auf Benutzerzugrechten angewendet werden. Oder auch die Übertragung der Berechtigung auf mehrere Datenbankschema. Es kann auch innerhalb einer Datenbank eine logische Gruppe von Datenbankobjekten verwaltet werden. Es sei auch noch erwähnt, ein einzelnes Datenbankschema kann in mehreren Datenbanken verwendet werden. Nun, wie funktioniert ein Schema? Schemas können in einer Datenbank erstellt und geändert werden. Nun sehen wir uns die Erstellung einer Datenbankschema am SQL Server näher an. Ich befinde mich nun am SQL Server und habe bereits eine Datenbank vorinstalliert, und zwar die AdventureWorks Datenbank. Darin können wir nun im Bereich Security oder im Deutschen Sicherheitseinstellungen die Rubrik Schemas öffnen und sehen auf einen Blick die vorhandenen Datenbankschemen. In diesem Abschnitt kann ich nun ein neues Datenbankschema mit einem Rechtsklick New Schema erstellen. Ich kann mir einen Namen vergeben, zum Beispiel Reporting und kann nun im zweiten Schritt noch den Besitzer dieses neuen Datenbankschemas angeben. Dazu wähle ich nun die Suche aus und habe darin auch die entsprechenden Datenbankuser und ich wähle in diesem Fall die Gäste aus und habe so nun ein neues Datenbankschema erstellt, welche sich nun entsprechend in den Daten hinsichtlich Tabellen, Prozeduren und so weiter anwenden kann. Man kann auch ein bestehendes Datenbankobjekt, welches schon bereits einem Datenbankschema zugeordnet ist, auch in ein anderes überführen. Sehen wir uns das am Beispiel der Tabelle JSON-Example an. Ich wähle den Designer aus und habe nun im rechten Menüfenster noch die Einstellungsmöglichkeiten. Hier sehen wir im Bereich Schema, dass die befindliche Tabelle im DBO-Datenbankschema sich befindet und kann diese entsprechend auch auf ein anderes Datenbankschema verlinken bzw. austauschen. Ich wähle OK und habe noch den Hinweis erhalten, dass auch die bestehenden Berechtigungen nun verloren gehen. Wie ihr seht, könnt ihr damit die Datenbank in Datenbankschema gut organisieren und es ist empfehlenswert, das in enger Kooperation mit den Datenbankentwicklern bzw. auch den Reportingentwicklern abzustimmen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich versuche euch zu antworten. Danke, Tschüss und bis bald.